Hallo Leute! Nicht wundern, wenn das Licht ein bisschen schlecht ist. Es ist schon... ähm, warteit, ich gucke mal. 18.28 Uhr. Ich bin gerade von meinem Papa-Wochenende heimgekommen. Und da stand ein Ruhigpaket da. Ja, das Ding habe ich mir selber gekauft. Und ja, es ist schon wieder ein Hengst. Meine ganze Collection besteht wieder... also fast aus Hengsten. Und, ähm, ja. Es kommt noch, wenn jetzt der ausgepackt ist, ein Collection-Update wieder. Dass ihr das auch wieder alles wieder sehen könnt. Und ja, dann packen wir ihn mal aus. Ja, könnt ihr ihn sehen? Oh, ich habe schon wieder diesen blöden Katalog bekommen. Mann, ich will einen neuen Katalog von diesem Jahr. Und es ist der Mavari! Wow! Ich habe ihn ja schon gesehen, aber er ist echt hübsch. Also es war ein guter Kauf. Glaube ich. Und ja, Cardone leer. Oh, ich liebe diese Dinger. Die sind so geil. Und ja, mal wieder ein Briander-Box, würde ich mal sagen. Und dann packen wir ihn jetzt mal aus. Übrigens, für die, die ihn nicht haben, die können sich das jetzt mal hier kurz durchlesen. So, ich hoffe mal, dass er auf der anderen Seite keine Raps hat. Und ja, betet mit mir, Leute, betet. So, he's out. Er ist wirklich sehr leicht. Und bis jetzt habe ich noch keine Raps gesehen. Und ich hoffe, das bleibt so auf. Und er ist wirklich hübsch. Er ist wirklich, ähm, Klein und leicht und schmal und putzig. Aber, so, jetzt gucken wir mal, ob er verstehen kann. Ja. Also, ich tue jetzt mal ein reguläres Briar, was eigentlich fast jeder von euch haben sollte oder hat. Ich tue jetzt lieber ihn, dass ihr euch das mal bildlich vorstellen könnt. Also, ich glaube, dass die meisten Zenierter von euch haben. So, also ja. Der Kopf ist schon ein großer Unterschied. Bei der Schulter, ja, da geht's eigentlich noch so. Also, er ist auf jeden Fall nicht höher als Zenierter. So, ja, es geht. Auf jeden Fall ist er ein ganz schnuckliger und putziger und schnucki und putziger und ja, ich finde ihn richtig hübsch. Er kommt da unten zu meinen drei Dicken. Und ja, das war's auch schon wieder mit dem Ich-liebe-schleich-packt-aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann sag ich mal Tschüssi.